Antag 2012 in Brakel Dieses Jahr Antag haben sich die Antagsbesucher trotz starken Regen und schlechten Wetter nicht abschrecken lassen. Den Rummeln zu besuchen und Antag in voller Pracht zu genießen. Ob Kinderkarussell oder Musik-Express, für jeden ist gesorgt. Nach Antag kam dann die große Hitze über Brakel. Temperaturen bis an die 40 Grad wurden gemessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Ende kam noch der Regen. 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 Zum Ende kam noch der Regen.